Hallo und herzlich willkommen zurück zu Downstufftogether Mit meiner Wenigkeit und der großen Wenigkeit Shoei Große Wenigkeit Große Wenigkeit Große Wenigkeit Über uns ist so ein Gebiet wo Büffel sein könnten Normalerweise heißt aber nichts Habe ich es auch schon dreimal gedacht Der müssen sich dann also Der müssen sich nur irgendwie da vorbrennen kommen Ja ich guck gerade aber Nifi will er nicht Geben die Ecke nicht Nein Bienen lässt nicht angreifen Ein paar Flowers könnte ich auch noch brauchen Ja ich sammle keine Flowers auf Ich habe keinen Platz dafür So hier kann man hochgehen Das ist echt heftig Wir suchen seit drei Nein ist die dritte Folge Zwei Folgen oder sechs Tagen Büffelst Um Kacke zu kriegen damit wir uns Eine Farm bauen können und was kriegen wir Natürlich nicht Was kriegen wir natürlich nicht Das was wir brauchen Super hey Alles deine Schuld Ich kann keine Büsche mehr aufheben Die müsstest du dann aufheben Und hier sind ganz viele Blumen Oh fuck Die Pilze die ich gegessen habe Machen die Sanity zu mich runter Ah Gut zu wissen Ja ich meine das ist ja In der Endeffekt das Projekt für dich Ich meine wenn du nicht weißt Was was macht dann Was Das ist ja Das ist ja durch Wie du stirbst Ich glaube du musst später aufpassen Ähm Soweit ich das Ein Singleplayer meine ich war das so Was Die äh Wenn du die Sanity so weit runter ist Dann kommen so Hände immer zu deinem Lagerfeuer und versuchen dir das Feuer zu klauen Ich weiß Sie machen das Feuer immer kleiner War zumindest damals so Ich weiß es nicht Also ich bin ja auf der großen Ebene Und da ist kein einziger Büffel Ich hab nen Büffel Ich hab nen Büffel Hast du echte Ich hab Kacke Ja ich hab Kacke Ja also haben wir das Problem noch jetzt gelöst Vier Stück Äh links hoch Ja ja ich muss nur zu dir kommen Ich brauch ein bisschen Ja und jetzt müssen wir noch eine Stelle finden In der Nähe Muss nicht hier im gleichen Gebiet sein Nur in der Nähe Ich hab grad auf die Karte geguckt Oh wie ich hab 10 Büffel Kacke Und wieder ne Leiche gefunden Der hat nen Haken dabei Ne Schaufel Hat er Oh Allah Oh Allah Das nehm ich mit Und deshalb kannst du haben Hier ich pflanze ein paar Bäume Nimm die Schaufel mit Und Nimm die Kacke noch mit Hier ist ganz viel Kacke Ganz viel Kacke Müsste ich mal wiederfinden Äh ich Ich bin jetzt auf so ner komischen Wegkreuzung Ich seh die Gegend noch nicht Also ich bin gerade auf der großen Ebene Links Ja Und da oben Spinnennetz Geil Geil Rabbids, 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 Rabbids Geil Wasser Also ich bin am Wasser Okay Ich hab grad was gefunden Backpack Ah da bist du Vorsicht ich hab grad Spinnen am Arsch Hier lag grad ein Badpack Also ich hab dafür keine Rüstung mehr Aber ich hab nochmal 8 Plätze mehr Boah ich will auch ein Backpack Ja den können wir gleich herstellen Dafür musst du aber dein Haysuit abzulegen Naja Was hältst du von der Ecke hier unten? Wir können auch ganz unten in die Ecke Du wolltest doch früher auch eine mit zwei Seiten Wasser Äh ja die ist aber Da müssten wir komplett außen rum laufen Nein hier Die sind auf zwei Seiten Wasser Wolltest du dann hier das Lager aufstellen? Wolltest du das nicht? Ja würde ich sagen Gut Dann stell ich dir jetzt Äh wenn du Oder du stellst die Science Maschinen auf Wenn du Ich würde dir hier irgendwo in eine Ecke stellen Da wo dann wenigstens Mach ein zutrauliger Vogel Und tada Du kannst wieder mehr herstellen Ich könnte jetzt eine Basic Farm herstellen Hast du noch zwei Heu? Heu? Mhm Cut Grass ist das Heu? Ja Sorry Ich nenn's Heu Ich weiß nicht warum Zwei Stück bräuchte ich Dann können wir eine größere Farm herstellen Ja Danke Ja reicht 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 Scheiße Wir brauchen eine Alchemie Ähm Hast du ein Alchemie Ding herstellen? Das ist ein Alchemie Ding Ähm Sowas wie das Ding was du jetzt hergestellt hast Bloß die nächste höhere Guck grad wo die ist Nein dafür brauche ich alles mögliche Zeug Die geschnittenen Steine Cut Stone Mehr Gold Nuggets Und Boards Na gut das können wir Wo ist es getting dark? No Ich baue jetzt mal ein neues Kämpfer hin Das bleibt immer Ein Fire Pit Ja Man muss es nur halt immer wieder neu befeuern Und ich kann dir jetzt mit einem Trick zeigen Äh ne ne nicht verbrennen Warte mal Es gibt einen Trick Wenn ich es natürlich schaffe Wenn ich es sehe Weil wir können uns jetzt einen Pitchfork herstellen Der habe ich mir jetzt hergestellt Und damit kannst du den Boden rausreißen Klingt doof Aber Den Boden kannst du aufheben Und ins Feuer schmeißen Damit kannst du dann Sag ich mal den Das Feuer ein bisschen anfachen Und dann kannst du dir später eine schöne Landschaft ausbauen Wenn ich Items hier auf den Boden Ja Verrotten Verschwinden die ja Dann bleiben die da Das ist ne gute Frage Das weiß ich nicht Aber wir können uns ne Aus dem Holz kannst du dir doch Cuttholz machen Aus dem Cuttholz kannst du eine Chess bauen Okay und wie? Du musst auf den Diamanten klicken Jetzt ein Diamant Da Wenn du an der Maschine stehst Das ist das dritte von unten Refine Und da gibt es Sports Und die musst du herstellen Ich weiß nicht wie viele Drei Stück musst du haben Dann kannst du eine Kiste herstellen Jetzt hast du die Dinger auch gelernt Du kannst sie immer wieder bauen Ohne dass du an der Maschine stehst So dann stelle ich hier oben ne Kiste hin Tada Hast du ne Kiste Ich hebe mal die Erde auf Weil die kann man dann immer wieder verbrauchen Oh ich hab kein Holz mehr für noch eine Okay dann kann ich da Zeus rein tun ne? Ja Könntest du Zeug reinlegen Die wir nicht so oft brauchen Hast du gerade das heute sich rausgesucht Und hab reingesammelt? Ja Habe ich eingesammelt Weil es so lacht Ähm Die Goldnackels kann ich da zum Beispiel auch reintun Wir werden ja wahrscheinlich Wenn wir bauen Dann werden wir hier bauen Ja Genau Die ganzen Baumaterialien und sozusagen ne? Äh die Sachen die du nicht so oft brauchst Das brauche ich noch Nicht oft brauchst Zum Beispiel habe ich hier Spinnenseite drin Ich sehe immer noch komische Schatten in Ja Weil die dich versuchen zu töten Klingt komisch ist das Aber ich nehme mal das Holz raus und guck mal ob ich eine zweite Ja ich könnte noch eine Truhe herstellen Oh ja mach mal Wenn ich wüsste wie ich platzieren könnte Ah Mist Ich versuche immer mit Escape Die Kiste zu schließen Tadaa Da können wir zum Beispiel Stein reinschmeißen und Holz Da Weil die brauchen wir ja nicht durchgehend Wir haben unser Lager hier unten Stehe ich den Weg? Oder kannst du nicht an die Kiste gehen wenn ich dran stehe? Ich kann nicht dran wenn du dran bist Ah ok Oh ich bin ziemlich hungrig Dann ess was Also was fehlt hier jetzt für die Science Maschinen? Hm? Was fehlt hier für die äh Alchemiestation? Ähm warte ich muss jetzt erstmal sortieren Dann kann ich mich um die Alchemiestation kümmern Überfordere mich bitte nicht so Nicht immer alles auf einmal Du hast gerade die ganze Zeit die Kisten belegt Du willst wieder an meine Kiste Nein Die Kiste ist sowieso jetzt voll Seed? Wo kommt Seed hin? Die braucht wahrscheinlich auch hier unten Äh Die brauchste Die können wir dann später für die Farben benutzen Ich lauf jetzt durch die Gegend und sammle Steine Und Holz Und du auch Steine waren auf der gegenüberliegenden Seite Hast du mal geguckt was passiert wenn du Blumen isst Ob du dann Incendity auch hochkriegst mit? So als dumme Frage Ich hab's nie ausprobiert deswegen Ne geht nur Leben Okay Aber auch das Minimal Was haben wir Steine und Holz? Steine und Holz und dann Gold Damit wir die Plantage bauen können Die Große die Oh hier sind Gobel Scheiß Gobel 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 sagt er Äh damit wir halt Die Alchemistation bauen können Aus der Alchemistation bauen wir uns die großen ähm Plantagen Aus den Plantagen kriegen wir dann wieder Essen Reißlob Pflanzen uns dann noch Bäume in unserer Nähe Also kannst du diese ganzen äh Pinecone Verhalten Pflanzen dann bei uns hin Und haben Bäume Das einzige was später doof wird wenn Äh Stein sein Ich habe Angst vor etwas Was später passieren wird Was du merken wirst Mehr sag ich nicht Mhm So das Und du sagst wenn man äh Blumen isst kriegt man Leben dazu? Ja minimal Ja ich habe äh Mein Leben ist total im Arsch Ich habe noch 29 Leben Ich hoffe es ist dazu nicht abgegangen 62 Ja ja doch 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 Es wird ja grün und nicht rot Okay So Ach diese blöde Gobel Der soll weg gehen Ja Gobel Gobel Geh weg Gobel Gobel klaut unsere äh Unsere Lebensmittel Also heißt der geht immer in Büsche Und frisst die Büsche leer Und das waren wir nicht Gobel Geh weg Hast eigentlich schon so ein Gobels gesehen? Ja ja sind Huttern Ja ja genau Der frisst halt die Bären immer leer Aber er gibt ja auch gleichzeitig Fleisch Und hast du schon irgendwas gefällt? Gesammelt? Ich habe ein paar Bäume gefällt Aber jetzt noch nicht massiv Ich durchquere gerade mal wieder ein bisschen Weizenplantage Gucken was dahinter gibt Aber da scheint es nur Wasser zu geben Da ist noch ein Wurmloch Ich würde nicht reingehen Kostet dich extrem Hab ich nicht vor Ich versuche jetzt noch ein paar Steine zu kriegen Damit wir eventuell die Plantage anfangen können Noch in dieser Folge Da 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 Das kaute gerade halt mal Ja Mal gucken was so in der Umgebung geht Gut Dann haben wir es ja schon fast geschafft Da ist ein Stein Genau Steine Wir sind doch auf dem Hinweg durch so ein riesiges Steinfeld gegangen Ja da bin ich ja jetzt gerade Oh ne Friedhof ist das Scheiße Oh oh Ja ich gehe trotzdem mal daher Oh oh War eigentlich nur weil der Weg so schon verdammt lang ist Ich sollte mich jetzt nicht noch lange aufhalten Denn der halbe Tag ist schon um Oh ein Goldnugget liegt hier einfach rum Den nehmen wir doch mit Stein Nein wir brauchen kein Holz mehr Schuhe ich sammle dir auch Holz Nehme ich eben schnell Stein mit Hier ist nochmal Steinfeld Ja Ist gut Ich sehe das glaube ich nicht auf der Karte Wenn du was Ja ja aber Ich bin jetzt genau gegenüber von unseren Lager Dann könntest du es mir beim sterben zusehen dann Wieso sollte ich das tun? Weiß ich nicht Äh Fall ich jetzt nicht rechtzeitig zurückkommen Das meinte ich eigentlich Kannst du mir beim sterben zuschauen Ja komm Ich hab Angst Oh Skatings Dark Soon Ah nein Nicht die Pausen Taste Es gibt keine Pausen Taste Ich finds gut dass der Cape immer sagt es gibt keine Pausen Prozess Dann sollte ich ihn wohl auch mal auf den Rückweg machen Ja ich auch langsam Sonst bin ich gleich des Todes Aber ich will genügend Steine haben Oh dieses Büffe Ja Und wenn da Kacke liegt kannst du die bitte mitnehmen Die brauchen wir Ich bring auch uns was mit Was vielleicht interessant sei Heißt nicht dass Ich muss erstmal unser Lager wieder finden Wo war denn das? Ganz unten Ganz unten Mhm ich sehs Und meine Krone ist fast kaputt Ja meine ist auch fast kaputt Die gibt aber noch gut Insanity Zumindest bin ich noch nicht bekloppt Denk dran du kannst ja vielleicht wenn du genügend Blumen hast noch ne neue herstellen wieder Ja kann ich Gut Hast du da noch genügend für zwei dann wär noch besser Ich weiß ja nicht wie viele Blumen du aufgehoben hast Genug Ich schmeiß mal eine hin Und hab ich noch eine Ja Dann hab ich aber nicht mehr viele Aber ich hab da mal eine hingelegt Ne Blumen Hast du da noch eine für dich? Ja ja hab ich Super Also ich bin schon auf dem halben Weg Aber es wird dunkel Jeden Momento Ich glaube meiner mag es nicht so unbedingt Glühbirmchen Fackeln fackeln Oh 77% Oh oh 69% Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels Alter was hast du Du hast da Kacke hingelegt Ja Ich hab keinen Platz mit mir hinter Ich dachte mach du doch so mit was Ich hab dir was mitgebracht Und was? Ah nen Weg Ja Ich hab gedacht das Besser als kein Boden Ja Ist schon grün Mehr hab ich nicht Äh Deine alte Flak Kann man die nicht Kannst du nicht essen? Mist So Ah gut Ähm Hast du jetzt noch Gold und so? Ich hab ein Gold gefunden So Gut Leg mal dein Gold und Stein immer da Und Holz mal kurz rein Und dann guck ich mal ob ich das herstellen kann Dann guck ich mal ob ich das herstellen kann Ähm Ich bin grad weil Naja Also guck ich Guck ich mal was Guck Guck Wo sind Stone? Und wie gehts deine Insanity? Na besser Na besser Wir brauchen mehr Kisten Ja Erstmal würde ich sagen Machen wir erstmal das Was wir mehr Essen haben Stimmt Ich hab nicht mehr viel Essen Genau das ist das Problem Bloß jemand blockiert ja die ganze Zeit die Tür Äh die Tür Die Tür Die Kiste Stein Holz Nicht mal sortieren kann der Typ Gold Was denn? Einfach reingeschmissen Ähm Ich sortier andere sonst du weißt was Problemen wir doch immer Ich weiß Ich weiß Alchemie Station Ich brauche dafür Wiss ich Da Vier Holz Und zwei Steine Eins Zwei Zwei Drei Vier Die Zahnungsmaschine Und Kotzung Eins Zwei Und Können wir den jetzt herstellen bitte Ja Wir haben eine Alchemie Station Wir können wieder neue Sachen herstellen Sehr schön Hurra Aber ich brauche tatsächlich was zu essen Ich finde gerade auch das ist irgendwie dringend gerade Ich hab nichts mehr Ähm Wo stellen wir unsere Plantagen hin? Ich hab keine Ahnung Was brauchen wir gerade am dringendsten? Außer essen Außer essen Kacke Kacke okay Wahrscheinlich wird das Video bei Youtube zensiert wegen der extensiven Verwendung des Wortes Kacke Wahrscheinlich Wahrscheinlich Also ich hab schon mal zwei Sachen geplantet Und Samen muss auch Wie lange dauert das bis der Essen rauskommt? Äh Weiß ich nicht paar Minuten Samen hab ich noch ein paar Ja Die musst du jetzt immer wieder einpflanzen Wir brauchen Kacke, Stein und Ich glaub Heu Um exzessiv Plant zu planten Ja Zehn Heu Sechs Kacke Und vier Steine Steine haben wir noch ein paar Einige gebrauchen Kacke Und gut dass wir ganz viele Heu da außen rum haben Weil die können wir auch mal benutzen Wir können mit einer Schaufel auch Bärenbüsche ausgraben Und die bei uns planten Dann können wir die mit Kacke wieder düngen Dann wachsen die wieder So eine eigene Essenversorgung weißt du bei dir zu bauen Okay dann mach mal Dann mach mal Gut Ja was ich sammle gerade Kacke und Heu Ja sehr gut War auch deine Aufgabe Und ich verhunger Gerade Aktiv Echt jetzt? Hier sind Häschenbücher 2 in 15 ich hab nicht mehr viel Wir haben dort was noch eine Falle noch oder? Nee die haben wir oben stehen lassen Äh wir haben noch eine Falle in der Kiste Die kannst du hier hinstellen Rechts vor unserem Lager sind Häschen Ja mach doch direkt mal bitte Du bist grad beim Lager Bist du nicht? Bin weg, bin weggegangen Dann mach ich das jetzt Abend mal Auch bin ich verhunger Ich bist dein nicht? Ich hätte noch 3 Karotten Zunot Naja ich denk auch nicht sie verhungert Barry Bush 1 Barry Bush 2 Wahlgesang Ja schön Ein schöner Wahlgesang im Hintergrund Hoffentlich ist das ein schmaler Wahl sonst bringt sie mich um Ich sage nicht dass es klang wie ein Pottwahl oder so So Ich hab 4 Barry Bushes momentan Barry Bushes Ähm hier läuft eine gruselige langbeine Gestalt rum Äh nicht in die Nähe gehen Geh davon aus dass alles was du siehst feindlich ist Bis auf die Büffel Die Büffel wären feindlich wenn sie Äh deren Arsch rot ist Und fliegen glaube ich drum sind Die haben meistens roten Arsch Dann sind sie aggressiv Dann brauchst du sie nicht in die Nähe gehen Oder wenn du sie angreifst Es wird langsam wieder dunkel Aber noch haste Zeit Naja ich bin grad dabei nicht wieder auf den Rückweg zu machen Aua teach him not It's getting light It's ripping dark soon Nein Ähm und wir müssen Warum habe ich jetzt ein Ladebildschirm äh Ladepfeil jetzt in meinem Spiel Super Los zurück zum Lager Weil die Häschen können wir dann nom 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 machen Um noch höheres Essen zu kriegen müssten wir jetzt ein Stück Wald anpflanzen Den abfackeln und aus der Kohle einen Ofen bauen Ich meine ich war es so rum Ich weiß es nicht mehr Aber alles zu seiner Zeit Ich bin runter auf 28 Nahrung Ja komm mal her Ist eher schlecht naja ich bin unterwegs Was soll ich machen ich hab auch nur 6 Karotten Vielleicht ist ja schon was gewachsen weiß ich nicht Ich pflanze grad nen Wald aber versuch es Hm ich sehs Äh ich Wir haben ja noch Strasse Dann können wir die da abfackeln Und was sagt er Anscheinend nicht Go faster bland Ja ist noch am wachsen Hier ich hab noch gekocht äh Essen Aber ich hab Gold gefunden Äh Gif Ähm Regen tut dir nicht gut ne By the way Was Guck mal was bei dir passiert du Ich glaub Regen ist nicht gesund für dich Nein Regen ist gar nicht gesund für mich Verlierst du durch dein Leben Ja Hier nimm den Hut Zieh mal den Hut an bitte Scheint zu helfen Nein Doch Echt weil du machst immer noch Funken Ja aber ich verliere weniger Danke Ähm Woher kommt die Kacke in welche Kiste Ähm Ähm Gib mir Haben wir noch ne Möhre Scheiße Aber ne 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 nicht Achso du Ich machs raus einfach Vielleicht geht das schneller Eine Kacke fehlt mir noch Holz Was Nein Brauch kein Holz Ich hab alle Mir fällt nur ne Kacke eine mehr Full of yourself No Ähm Brauchst du ein dringend Essen Dann kannst du noch ein paar Samen kochen Hast du noch genügend? Ey mit mir! 48 ist das genügend? 48 System Overload Alter Alter hat dir jetzt grad nen Blitz eingeschlagen Ja der hat meine Sanity ziemlich kaputt gemacht Ja ich kann dir noch was zu essen geben Friss! Friss! Und es geht weiter in der nächsten Folge Denn wir sagen Tschüss Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Euer Dream Team Das auch Tschüss sagen wie immer Tschüss! Okay das ist jetzt ne lustige Folge Als wir die letzte Folge beendet haben Erstmal wir kommen zurück zu Don't Stuff Ist ein Blitz in mir In ihm eingeschlagen Der mich angezündet hat Wir haben die Aufnahme beendet Also wir haben das Spiel beendet Weil wir eigentlich auffahren wollten Und ich war mir unsicher ob ich noch lebe Ich lock mich ein mit ihm Und ihm verfolgen komische Viecher Wie zum Beispiel das Viech was mir jetzt die ganze Zeit hinterher dackelt Wir wissen beide nicht wie lange wir das noch überleben Ich bin grade etwas am wahnsinnig werden Ja und ich habe nur noch 14 Leben Und dieses Viech hört einfach nicht auf einen zu verfolgen Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich dieses Schattenviech töten soll Außerdem habe ich grad einen Hasen gefangen Während des Vorbeilaufens Äh Bite Bis jetzt kommt das Schattenviech nicht hinter mir Ich sammle mal eben schnell die Sachen hier auf Warum auch nicht Das ist doch super Ähm Ja Gibt es noch irgendetwas wenn man Senti wieder hoch bringt? Wenn ja sollte wir uns da dringend drum kümmern Äh ich weiß halt nur Blumen ne Vorsicht nicht hoch Nein, 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 nein. Oh. Ach, Härtchen wollte gerade zum Essen. Ich habe ein Häschen getötet. I'm so hungry, sagt er. Ich glaube, du bist auch hungry, ne? Wir hätten beide Fleisch gehabt. Hättest du nicht das Häschen gerade weggescheucht? Böser Show. Böse, böse Show. Hallo, ich werde hier von schwarzen Viechern gejagt. Immer noch? Ja. Hallo, meine Sanity ist bei sieben. Oh, okay. Und wenn es jetzt wieder Nacht wird, wird die sehr schnell wieder auf null sein. Ich sehe es schon kommen. Ach ja, by the way, es wird dunkel. Ich merke es. Also es kann eine sehr kurze Folge gerade werden, wenn er jetzt gleich stirbt. Aber ich könnte dir ein Stück Fleisch geben, wenn du möchtest. Ja, vielleicht hilft das ja meiner Sanity auch. Dafür müsstest du aber herkommen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Lager. Ich schmeiße es raus. Kannst du dann vorbeilaufen. Ah, nehm dir. Vorsicht. Die sind ziemlich schnell, ne? Aha. Und, hast du was geholfen? Nicht der Sanity, aber dem Hunger ein bisschen. Von dem ich immer noch eine ganze Menge hab. Ja, ich leider auch. Jetzt nicht mehr. Ich hab leider alles gefressen. Alter. Ähm, das scheint ein richtiger Gegner zu sein, den du da jetzt hast. Und die Aufnahme wird weg, kaputt sein. Aber schön, da wissen wir wenigstens, was abgeht. Ja, der ist sehr empfindlich auch. Regenbiss. Äh, ich geb den Tipp, nimm nicht die Frau. Sonst hätten wir kein Lager mehr gehabt. Jetzt ist es abgefackelt. Ich hab leider nichts zu fressen für dich. Kannst ja noch 200 Mal in den Kreis rennen vielleicht. Da ist jetzt mal... Kann ich das vielleicht ausgraben? Ja, aber Tag regeneriert sich ja ganz langsam. Ja, aber... Ich mein... Du hast da jetzt zwei Viecher am Arsch. Und du müsstest die ganze Zeit jetzt weiterrennen, bis es Tag fährt. Aha. Und die sind genauso schnell wie du. Und du hast gleich einen kleineren Radius bei Zoe. Sie sind ein klein bisschen langsamer als ich. Ach ja, und jetzt... Guck mal, was jetzt kommt. Ähm, du, jetzt haben wir noch ein größeres Problem. Falls du es siehst. Nein, seh ich nicht. Ich seh keine schwarzen Lager, die da mir herrennen. Ich mein eigentlich den Hund. Ja, genau. Schön, dass die beide dich verfolgen. Ich hab nichts gesagt. Ich will ne Fackel machen. Ich will die alle abfackeln. Hilft das? Ja, ich bin tot. Äh... Ich bin auch tot. Ach, guck mal, ich kann Haunted. Oh. Äh, du, der Hund brennt, ne? Uh, buh. Tja, jetzt sind wir wohl gestorben. Äh, ja. Und die Welt resetet sich in 107 Minuten. Let's go. Gut, das war dann wohl unser erstes Let's Play mit Don't Starve, ne? Ja. Bei der nächsten Welt, ich erstelle eine neue, setze ich die Viecher höher. Welche Viecher? Na, die, 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 die. Würfels. Ja, wir können ja nochmal gleich gucken, äh, oder später gucken, wenn wir das machen. Ja, das war's dann wohl. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.